Musik Was geht ab Freunde, Sascha von Skillgame mit TIFOS Video und herzlich willkommen zum dritten Video von der FIFA 15 Web App und damit auch das letzte Video von der FIFA 15 Web App vielleicht hau ich noch ein, zwei Trading Tipps raus danach aber das weiß ich jetzt noch nicht genau hier haben wir jetzt einen neuen Account und ein neues Pack und ja natürlich kein seltener Goldspieler drin ist ja klar ich muss das Ganze hier leider nachkommentieren weil irgendwie die Audiodatei irgendwie haben wir schlechtes oder keine Ahnung wir haben hier nur zwei Packs weil ich diesen Account erst seit 4.14 habe deswegen nicht so viele Packs aber es kann ja immer noch in diesem Allplayer Pack da immer noch einen guten Spieler drin sein und in diesem Bronziennet haben wir jetzt nichts und wie gesagt ich kommentiere das alles nach deswegen weiß ich schon was so ungefähr passiert wir öffnen jetzt hier dieses Allplayer Pack und mal gucken wer drin ist unser bestes Spieler in diesem Pack ist Ben Teke das Biest von Aston Villa als ich das Pack geöffnet habe war er nur 4.000 Münzen wert jetzt habe ich ihn gerade für 11.000 Münzen glaube ich verkauft also echt heftig gestiegen also das ist echt schon krass 7.000 Münzen gestiegen und ja ich weiß jetzt nicht genau was jetzt noch passiert ich glaube ich habe mich in einen anderen Account auch noch eingeloggt ja genau hier sieht ihr das jetzt auch schon das ist der andere Account natürlich wieder dieses Starter Pack da wo drei Goldspieler ein Silberspieler oder so drin ist ja drei Gold Objekte drei Goldspieler hier Flamini hier von Arsenal den kenne ich Fischer von Ajax Amsterdam und ja hier haben wir wahrscheinlich auch wieder zwei Packs hier noch ein hier Tagesgeschenk ja wieder zwei Packs diesmal aber ein Silberpack als Geschenk mal sehen welchen wir da drin haben und es ist kein guter Spieler naja ist halt auch ein Silberpack speichern wir alles im Verein hier nochmal kurz unsere aktive Mannschaft nicht so interessant aber kann man ja kurz mal zeigen hier packen wir noch kurz Fischer rein und ja unser bester Spieler von der Web App von den Packs war bisher Benteke den wir gerade eben gezogen haben mal sehen ob in diesem Pack ein besserer Spieler drin ist und zu hoffen wäre es Team der Woche immer noch Neymar die Maria Diokoso heute um 19 Uhr kommt ja das neue raus da wer ist Ronaldo Rakitic Tick und Co drin in diesem Pack im letzten Pack haben wir Marlos drinnen von Schacht ja doch nichts oder wie man die so ungefähr ausspricht ähm ja dann noch ein Barcelona Spieler Silberspieler aber da speichern wir gleich mal alle im Verein Marlos habe ich den für Simon und Münzen oder so verkauft und dann war es das auch schon von diesem Video ich hoffe das Video hat euch gefallen war das letzte Video von der 415 Web App wo ich euch was zeige Pack Opening oder irgendwie sowas vielleicht noch kommt noch ein Trend hier aber keine Ahnung ich würde mich über eine positive Bewertung freuen und haut rein bis zum nächsten Video und Ciao 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 Vielen Dank.